Ein spannungsgeladenes, stilvoll dünnes schwarzes Netzkabel, welches elegant eine langweilige Steckdose mit einem passenden elektrischen Gerät verbindet, dabei den Strom selbstlosen Delegant in seinen reibungsarmen Kupferadern leitet, um dem Verbraucher verlässlich die für den Betrieb nötige Energie zu übermitteln. Ich bin absolut begeistert von der Tüchtigkeit dieses verblüffenden Wunderdings. Wow!